Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Shit Bitte keiner aufstehen, bitte keiner aufstehen Nee, warte mal Bisschen hier lang Nee, hier muss ich lang Sorry Lass mich Muss ich nicht lang Ich bin blöd, oder was? Also nochmal runter Und nochmal raus Wo kann ich jetzt den Stick mitnehmen? Scheinbar muss ich wohl nicht mehr mitnehmen Ja, der ist jetzt einfach Der steckt da und tut aus Wer bist denn du? Na, die stehen jetzt hier alle irgendwie auf Unautorisiertes Material erkannt Entweder verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt Unautorisiertes Material erkannt Okay Was müssen wir also tun? Wo müssen wir also hin? Gut, sitzt irgendwie da Den möchte ich da Boah, ist das wirklich Also Ist jetzt Blöd die Idee Aber So, also ich weiß nicht Ob Game sind Wurde es bestimmt auch schon gespielt haben Wahrscheinlich wird es da Ein Punkt für jeden Mal für das Ding Ah Ja, das ist işte Ja, normal für das Ding Oh, ist immer für das Ding oder vor sell訊 Oder Wear Ja, so success hat schön jetzt einfach mal drauf magenta tv die 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 aus der Anlage fliehen Ach du Scheiße Okay, also gedrückt halten Na, wie weit soll ich mal kauchen? Bist du auf der Ecke fahren oder was? Ich muss mich eh gleich nochmal komplett hier ausrüsten Weil ich denke irgendwie wir werden jetzt wieder massiv mit Nemesis zu tun bekommen und also nochmal möchte ich ihm nicht hier so untermunitioniert und unter bewaffnet irgendwie übertreten Das hat keinen Spaß hier mal dazu So, na Freude, Freude Ist hier ein Zettel? Kann man hier lesen? Ja Entsorgungszentrum Entsorgungszentrum Vorschriften Diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von NEST 2 Testpersonen Die starken Lösungsmittel stellen sicher, dass jegliche biologische Materie im Behältnis, lebend oder tot, für die Entsorgung komplett aufgelöst wird Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Benutzung des Entsorgungszentrums Stellen Sie immer sicher, dass sich kein Mitarbeiter in der Kammer befindet, bevor Sie den Liquidierungsvorgang einleiten Verwenden Sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmittel Unabhängig von dem Volumen oder der Masse des zu entsorgenden Materials Wenn eine Testperson gewalttätig wird, stoppen Sie unter keinen Umständen den Entsorgungsprozess Lassen Sie die Kammer für mindestens 12 Stunden gefüllt und stellen Sie vor den Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher Ja Jee Was in Gottes Namen ist das hier? Ich weiß Brandgranaten Naja, damit wäre jetzt schon wieder voll irgendwie Das ist auch schon wieder Das ist nicht gut Dann sagen wir mal schnell die Brandgranaten weg Verstehung So Okay Also Ja Jetzt Machen wir uns mal nichts vor Jetzt wird hier Definitiv kommt jetzt hier gleich ein Battle mit Nemesis Irgendwie Also Mal ganz kurz mal schauen Eins, Zwo Echt, kann ich wirklich bloß Ja tatsächlich Ach das ist ja blöd Okay Dann machen wir es mal anders Werde ich es jemals schaffen So, dann machen wir es mal so Zack Okay Gut Finden wir hier noch was? Vielleicht Den blauen Saphir Oh Was haben wir denn hier? Nikolai stopp Die Stadt braucht den Impfstoff Mehr als ich? Wie es scheint Sind meine Weisheiten Ich werde noch nicht zu dir vorgedrungen Ja ja Menschenleben sind unbezahlbar Aber ich bin in diesem Geschäft um bezahlt zu werden Machen wir nen Deal Du gehst runter Bekämpfst den Nemesis Und ich film alles und verkauf die Kampfdaten Gib mir eine gute Show und Vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff Deal? Gut Nein 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 Das ist super. Aiii! Ach a je... Mann! Wie geht's gut? Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, jetzt rennt er da schon mehr. Er versteckt sich hinter Tank 6. Wo ist der Tank 6 da? Wo, wie, wo war er? Er ist hinter Nummer 6. Jetzt dring den Arsch rum. Da kommen noch mehr. Nummer 4. Ich mach das. Das wollte ich zwar nicht treffen, aber auch gut. Oh Gott. Tja! Wir sind noch mehr gekommen! Links von hier! Jill! Ich schick dir den Kran. Kletter ran hoch! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Jill! Jetzt schick dir auf! Ich werde den Scheißker einschmelzen! Ich werde den Scheißker einschmelzen! Ich werde den Scheißker einschmelzen! Bam! Alter! Krass! Das war also Nemesis! Mega! Rotetil! Vermittlung! Komm schon! Wohli, hier eine Karte! In der Steck! Komm schon! Sollte die Schlag auf! Wohli, hier ist Nath! Wir haben unsere Krass! Körger! Wir haben unsere Krass! Wir haben unsere Krass! Vielen Dank.